In jeder Apotheke gibt es Produkte der Sophien Arzneimittel GmbH. Die Wurzeln des mittelständischen Unternehmens liegen in einer Apotheke in Koblenz. Diese Tradition ist eine Verpflichtung. Aus hochwertigen Ausgangsstoffen stellt Sophien Arzneimittel wirksame und kostengünstige Medikamente her. Immer in bester Apothekerqualität. Das Medikament Entero-Technosalvet hilft Tieren mit Durchfall. Auch Tiere können Durchfall bekommen, zum Beispiel wenn sie etwas Falsches gefressen haben. Durchfall entsteht durch Giftstoffe, Viren oder Bakterien. Entero-Technosalvet bindet sie im Darm und sorgt dafür, dass sie dem Tier nicht mehr schaden können. Hier ein Laborversuch. Links eine Lösung ohne, rechts mit Entero-Technosal. Das einzigartige Medikament sorgt dafür, dass der dünnflüssige Darminhalt wieder härter wird. Entero-Technosalvet hilft Hunden mit Durchfall schnell und zuverlässig. Auch Katzen, Pferde und andere Tiere vertragen das Medikament gut. Entero-Technosalvet gegen Durchfall bei Tieren ist rezeptfrei in jeder Apotheke und bei Tierärzten erhältlich. Sofien Arzneimittel. Qualität aus Koblenz.